Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch beeilt habt. Olivia, die Straußenmama, ist in Schwierigkeiten. Es wird alles gut werden, wir lassen sie ja nicht im Stich. Rubbles, du musst mit deinem Schaufelbagger den Felsbrocken wegschieben und Olivia befreien. Sky, du musst Olivia mit deinem Rettungsgurt aus der Schlucht heben. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, ich wusste, dass ihr schnell kommt. Es wird alles wieder gut, Oscar. Wir helfen, Olivia. Rann! Geschafft! Zieh ihn hoch! Hör zu, Sky. Lass jetzt den Gurt runter. Ich glaube, Olivia fliegt nicht so gern. Ich muss sie absetzen. Dann müssen wir einen anderen Weg finden, um sie zu ihren Eiern zu bringen. Arme Olivia, dein Fuß tut weh, ha? Tja, sie kann auf keinen Fall nach Hause laufen. Wir müssen sie fahren. Robohund, bitte kommen. Du musst den Paw Patroller herbringen, damit wir Olivia zurück nach Hause fahren können. Hier ist der Paw Patroller, Olivia. Robohund kann dich zurückfahren. Jetzt bringen wir Olivia rein und... Kusch, kusch! Keine! Robohund, setz deine Düsen ein. Du musst sie zurückholen. Stopp! Falsch! Danke, Robohund. Vielen Dank, dass ihr unsere Straußenfamilie gerettet habt, Ryder. Kein Problem. Sind ihre Vögel mal weggerannt? Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol of Nickelodeon an. Danke, deine Wögel mal weggerattet habt, Kurk! StarLS